Also hundertprozentig ergibt diese Schockwelle nicht, oder? Die Schockwelle nicht, oder? Was? Ja, du sagst es eigentlich, sie würden nicht feuern. Also... Ich würde behaupten, das war nicht korrekt. Wow! Scheiße! Scheiße! Charge doch! Ja! 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 Ähm... Ich glaube, hier will ich nicht hin, oder? Doch! Ja! 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 Und ja! Irgendwann muss ich mal testen, was passiert, wenn ich einfach da stehen bleibe. Das ist definitiv Reepert-Tec. Aber was ist... Shepard Commander, helfen wir uns. Legion? Schön, dich zu sehen, Legion. Wir haben dich aus dem Weg in kein Zeitpunkt. Shepard, warte. Die Geth sind durch den Reepern-Signal. Genau. Dieses Ding. Also, für alle, was wir wissen, ist Legion mit ihnen. Vielleicht ist sie mit den Reepern involviert. Oder vielleicht ist sie hackt. Ich vertraue Legion. Legion hat uns vorhin zu kämpfen, die Reepern zu kämpfen. Es gibt keinen Weg, dass sie damit auf das Wort verstanden hätte. Deine Wichtigkeit ist verständlich. Wenn man frei ist, werden wir zu irgendwelchen Restrainten, die Sie notwendig sind. Ich dachte nie, ich würde das sagen, aber es ist gut, dich wieder zu sehen. Gleichzeitig, Creator Zora. Also, was ist das Ding? Es benutzt unsere Netzwerke-Architektur, um den alten Machine-Command-Signal zu allen Geth, simultaneously. Und die Reepern-Signal wird die Reepern-Signal geschehen. Die Reepern-Signal wird die Reepern-Signal geschehen. Ich habe es. Tali Zora zu fliegen. Die Reepern-Signal wird die Reepern-Signal geschehen. Das ist General Han-Geral. Wir sind in deinem Tod. Die Reepern-Signal wird die Reepern-Signal geschehen. Die Reepern-Signal wird die Reepern-Signal geschehen. Die Reepern-Signal wird die Reepern-Signal vor. Wenn die Reepern-Signal faintest. Die Reepern-Signal wird die Reepern-Signal halbiert. Die gräte werden die Reepern-Signal geschehen. Okay, das. Ich glaube nicht, dass ihr das interessiert. Dann macht jemand einen Alleingang und alle anderen müssen mitziehen, weil sie sonst... auch am Arsch sind. Lebt noch einer? Hä? Ja. Ja. Ich bin der Heavy Fleet. Gib ihnen eine Firing-Lane. All ships open fire! Ja. 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 Nein. Ja. 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 Ich bin nur die Wände oder so, damit ich weiß, welcher Sie ist. Sie haben auf den Drednaught gesucht, während Sie auf dem Bord? Sie sollten sich aus der Flucht rausziehen, aber insofern... Ich weiß, Admiral Garrel hat viele Probleme auf der Turium-Border für Jahre alt. Aber ich verstehe ihre Desperation. Wir haben nur die Erde ein paar Wochen zurückgebracht. Wir haben noch nicht die Erde verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Fläche. Und die Korriens haben die größte Fläche. Ich verstehe, Admiral. Ihre Unilaterale Strecke hat uns alle gefährdet. Ich würde dich mit Träsen schützen. Ich war in meine Autorität als Admiral von der Fläche. Und was von Shepard? Und Talizora? Sie sind unverletzt, unverletzt. Shepard, die Missionsparameter hat geändert. Dein Militär, verstehst du das? Ich verstehe, dass du deine Chance verletzt hast, sicherlich zu entfernen. Der Dreadnall war eine perfekte... Admiral, du verletzt deine Mission und deine Leute. Schepard, ich verstehe. Ich verstehe. Wenn ich nicht deine Fläche... Er hat uns gebeten, Ron. Du musst verstehe. Die Geths inflicted heavy casualties, bevor du den Rippern verletzt hast. Du sagst, sie haben eine Planetary Defense Cannon. Halt! Admiral Khoris sacrificed his own ship to destroy it. Er crash-landed on the Homeworld. Der Normandie kann assist with rescue efforts. Thank you, Commander. Ich denke, die Wurst ist vorbei. Die Geths no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Rippers. Shepard, Commander. Wir sind vorbereitet, um Hilfe zu geben. Was ist das denn? Warte, warte. Alle, calm down. Sein Name ist Legion. Es hat mir geholfen, die Collectors zu verletzten. Die Reapers verwendeten Legion als ein Signal-Booster, um den Dreadnall zu verbrechen. Wir haben ihn verletzt. Wir haben ihn verletzt. Das ist es. Dies ist ein faszinierender Prototyp. Mit einigen Studiengang, ich kann es nutzen, um eine Schwung zu finden, in der Geth-Konsensis zu finden. Nein. Legion hat mir geholfen, in der Kampf gegen die Collectors. So war deine Pistole. Should ich über das? Ich glaube nicht, dass du diese Art und Weise weiter möchtest, Admiral. Legion ist meine Freundin. Es ist wichtig, es ist unsere beste Grunde auf die Geth-Kontrolle. Die Wissenschaftler... ... sind aus dem Tisch. Sie können uns über die Geth-Kontrolle erzählen. Wie können Sie uns über die Geth-Kontrolle reagieren? Wie werden sie reagieren, ohne Ripper-Kontrolle? Das ist eine falsche Assumption. Sie haben lange-Kontrolle geholfen, aber die alten Maschinen geholfen auf Rannach geholfen. Die Geth-Kontrolle haben Ripper-Kontrolle. Genau. Sie sind mittlerweile verbrechen. Aber als die Schlauch-Kontrolle ist in place, werden sie zurückgeholfen. Kaila... Ich muss die船-Kontrolle warnen. Dann coordinate mit Gero. Move! Wir müssen die Ripper-Kontrolle aus dem Ripper-Kontrolle. Wo ist es? Unklar. Find es! Entstanden. Wir wissen die Stelle von einem Server, von dem die Geth-Kontrolle sind geholfen. Die Squadron-Kontrolle reagieren die Creator-Live-Ships. Die Schlauch-Kontrolle wird die Schlauch-Kontrolle. Wir offeren Unterstützung. Thanks. Commander, Admiral Anderson is available on VidCon. Edie, kannst du das aufschrauben? Ich versuche. Das ist die Kanesh. Wir haben die Barriere verloren. Unsere Schlauch-Kontrolle ist gemmiert. Kann jemand hier... Rann, die Kanesh wird getrennt von Geth-Fighters. Dammit. Interceptors, die Kanesh. Danke, Commander. Wenn du das Signal nicht aufschrauben hättest, dann hast du das Schlauch verloren. Shepard Commander, Sie verpflichtet die Schlauch-Kontrolle, unsere Plattform zu verhindern. Sie hat bereits genug gemacht. Deine Unterstützung wird immer noch bemerkt. Sie sagen, Geth-Kontrolle sind die Quarians-Live-Ships? Hostile Geth-Kontrolle intendern die Live-Ships-Live-Ships. Sie sind die Schlauch-Live-Ships-Live-Ships. Wenn die Live-Ships verletzt werden, die Kreators verlieren. Die Kreators verlieren. Die Leute. Wir verletzen die Kreator-Kontrolle? Nein. Geth-Kontrolle werden die Kreator-Kontrolle zu alternativen Kreator-Kontrolle. Sie sind nur durch die Interferte von der Kreator-Kontrolle. Geh-Kontrolle von diesem Kreator-Kontrolle wird die Kreator-Kontrolle. Wir werden Sie auf diese Mission-Kontrolle. Nach dem Dreadnought, du hast gesagt Geth-Heretics. Was hat sie genau gemacht, nach dem wir die Satellite verletzieren? Deine Entscheidung war kalt. Die Kreator-Kontrolle verletzieren die Kreator-Kontrolle mit den alten Maschinen. Also du siehst nicht, sie zu töten zu töten? Das war logisch. Wenn wir die Kreator-Kontrolle nicht verletzieren, hätten wir ein erhöhtes number of hostile Kreator-Kontrolle. Die Kreator hat verschiedene Konsequenzen für Synthetik als Organik. Hast du keine Kreator-Kontrolle über die Kreator-Kontrolle verletzieren? Ich warte hier auf die Option, es hat mir keinen Spaß gemacht, aber ich würde es wieder tun, wenn ich die Wahl habe zwischen löschen und umschreiben. Die Kreator-Kontrolle von unseren Sensory-Equipmen, unseren Netzwerken, sogar dann, wir konnten sie nicht vollständig verstehen. Sie sind magnitudes über uns. Ein einziges Gefühl war immense, overwhelming, unknowable. Die Kreator-Kontrolle Die Kreator-Kontrolle sind die Kreator-Kontrolle die alten Maschinen als Analogs zu Deities. However, wir haben eine Perspektive auf warum andere sie mit diesen Qualitäten Die Geth haben die Quarien vor. Was macht das anders? Die Geth waren eine Megastruktur um alle Geth um alle Erinnerungen um alle Erinnerungen zu enden von uns. Und die Quarien-Flotilla hat sie attackiert? Ja. Eine große Menge Programme wurden installiert, als die Kreator-Kontrolle begannen. Wir hatten nicht suffisantes Hardware, um sie alle zu retten. Einige Programme konnten nicht zurückkommen. Was haben Sie gemacht nachdem Sie nach der Normandie Unsere Plattform zurückgekehrt nach dem Geth über die Perseus Vail. Daten, während unserer Mission beobachten, dass die alten Maschine zurückgekehrt war. Also, die Geth glauben, dass die Reapers zurückkommen? Natürlich. Natürlich. Das wäre schön. Wir sprechen später. Wir bleiben hier. Was haben Sie wir brauchen die Alli. Aber es ist schwer, nur zu kämpfen, wenn die Reapers entgegenzieren. Without die Flute, wir verlieren unsere Analyse. Lass uns die Analyse. Lass uns die Analyse. Kommander, ich habe eine Leitung auf etwas interessant. Kommander, ich habe etwas zu sehen. Was haben Sie? Ein Grupp von Cerberus-Scientisten haben Tizen gebrochen. Vielleicht haben sie endlich gewusst, dass sie auf der falschen Seite waren. Wir wissen nicht, was sie recherchierten, aber sie waren von den Top-Scientisten. Sie können die Krucival helfen. Das ist eine gute Idee, falls wir ihnen trauen können. Vielleicht können wir sie rekrutieren. Viele Cerberus-Leute denken, dass sie das richtig machen. Ich weiß, das habe ich. Und Sie waren recht, Kommander. Was ist Cerberus-Leute. Ich war auf der hoffen, wenn die Erachter hat. Ja. Ich war mit meiner Familie vor einer Universität. Während die Allianz studiert, Sie waren schützen mich und meine Familie. Die Allianz versucht zu machen, aber sie sind searching. Wie ist Cerberus. Ich habe monitoriert Cerberus-Leute. Ich habe die Frequenz von verschiedenen Cerberus-Leute und cross-referenz mit und dem den 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 Vielen Dank.